Hören Sie darauf, wie alle über Sie reden. Sie müssen es als Treibstoff für Ihre Motivation nutzen. Welche Einflüsse nutzt Du, um Dich zu verbessern? Ich bin nur in dem Sinne nachdenklich, dass ich lerne, vorwärts zu gehen. Ich reflektiere mit einem Ziel. Wohin führen Deine Gedanken? Verbessern sie Dein Leben? Wenn Du es schaffst, großartig. Wenn Du es nicht schaffst, wovor solltest Du Dich fürchten? Was hast Du wirklich zu verlieren, solltest Du einmal nicht gewinnen? Es geht nicht um die Anzahl der Stunden, die Du übst, sondern um die Anzahl der Stunden, in denen Dein Geist während des Übens präsent ist. Bist Du bewusst, während Du neue Dinge lernst oder Dich verbesserst? Große Dinge entstehen durch harte Arbeit und Beharrlichkeit. Keine Ausreden. Arbeitest Du beharrlich an großen Dingen oder an Ausreden?